Da sind auch Element drauf, na großartig. Da sind auch Element drauf, na großartig. So, wichtig ist, die Herren nicht angucken. Oh, der ist runtergefallen. Gut, ich hoffe, wie sind wir los? Im schlechtesten Fall springt er mir jetzt ins Kreuz. Ähm, hier lang, würde ich sagen. Kürzester Weg. Gibt es nicht wirklich. Ich könnte mir das theoretisch ein bisschen einfach machen, indem ich einfach einen Creative anmache, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Nein! Fuck. Sorry. Dead. Nein! Oh, so viel dazu. Oh, scheiße. Meine ganze Ausrüstung. Scheiße. Meine ganze Klamotte. Vor allem das Traurige und Schlimme daran ist. Ähm, das Schwert und die Spitzhacke, die Rüstung ist aus einer Zeit in Minecraft. Die gibt es in der Form nicht mehr, die lassen sich so nicht nochmal verzaubern. Haben wir noch Diamanten? Oh, scheiße. 13 Diamanten. Ne, 13 Blöcke Diamanten. Oh. Hose. Äh, Schuhe. Schwert. Äh, so. Oh, Stock. Ach nein. Wie ist denn das passiert? Ich brich im Quadratstrahl. Hose. Ellen. Verdammt, ey. Verdammt. Gut, dass ich Zeug vorher noch woanders hingepackt habe. So. So. Blablub. Ei, 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 ei. Oh. Warum bin ich denn da runtergefallen? Bin doch gekrochen. Ähm. Achso, ich brauche noch eine Spitzhacke. Ich will nämlich nicht, ähm, meine letzte magische Spitzhacke versauen dafür. Oh, shit. Gibt's alles? Ah. Gibt's jetzt alles? Ähm. Pol 2 sind richtig. Ähm. Ja. Reicht erstmal, Klammern hoffe ich. Ich wollte eigentlich, also ihr habt gemerkt, ich wollte meine Sachen retten, indem ich in den Creative switche, aber das hätte nicht sehr funktioniert. wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich, wie gesagt, das ist mir zu wertvoll, aber naja, passiert ist passiert. Das ist aber so eine automatische Reaktion von mir. So, nein, Rettungsanker. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin gerade echt ein bisschen... Boah. Was zu essen brauchen wir noch? So. Minimalausrüstung. Shit. Was ist denn mit. Was ist denn mit. Was ist denn? Oh. Oh. Ich. Du wirst wohnen damit. Oh. Oh. Ist ja nicht so, als wenn mein Zeug da irgendwo liegen würde, könnte man runterfliegen. Ich glaube, ich würde selbst ein Creative Star sterben, nicht ein leere Baller. Nie ausprobiert, aber ich glaube ja. Achja. Nicht so schön. Ich höre Schweine. Der erste große Verlust des Tages. Oieieiei, naja. Yay. So kann ich da eigentlich, sollte vielleicht mal so ein bisschen beleuchten. Ich glaube, die Enderman hat einen gewissen Lichtlevel. Ich weiß nicht, ob das hier so tatsächlich auch so ausreicht. Hoffentlich sollte das Spawning der Enderman vielleicht auch so ein bisschen verhindern. Ich bringe euch Licht. Oh, ich wollte mir noch eine Ender-Chest mitnehmen. Das habe ich nicht gemacht. Oh, und mein Warp-Stone ist natürlich auch Wecker, den kann ich mir wieder craften. Das muss ich hier alles dann nochmal absichern, wenn ich dann irgendwie mal und so. 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 Quasi hin hier. Ich treffe. Bam. So. 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 Quasi hin hier. Das ist ja auch gar keine Todesmarke, ne? Also gar kein Zeichen, wo ist er verreckt? Ach, da unten! Da! Death! Aber da ist halt... Gut, wir sind denn hier? Hi die Herren! Mach hier mal so ein bisschen Licht und so. Könnt ihr... Danke! Oh Backe! Wäre ja geneigt da einfach mal runter zu fliegen mit dem Creative Mode, aber... Ne! Das säge ich nochmal ab und... Scheiße! Ich nehme mich grad nicht drüber weg so richtig. Ach, naja... Immerhin habe ich noch meine super, super, super Glücksspitzhacke. Wusste schon, warum ich den Rest des Zeugs einfach zu Hause gelassen habe. Quasi in der Ender Chest. Falls irgendwas passiert, wie immer. Das heißt, wir müssen natürlich umso schneller das Rathaus fertig kriegen, damit wir weiter bauen können. Denn wir brauchen ein neues Enchanting als Setup. Und das Essen geht mir auch so langsam aus, habe ich gesehen. Also das gute Essen. Das heißt, wir brauchen auch irgendwas, um Futter zu bekommen. Die Ressourcen, die ich mal von Arno Kripps habe, die gehen langsam zur Neige. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir da dann dementsprechend wieder zur Rande kommen. Nicht doch wenigstens irgendwo in der End City hier. Hat sich der Tod gelohnt bis jetzt? Ne, nicht wirklich. Ich hoffe mal, das Loot ist gut. Ei, 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 ei. Da ist schon so langsam Land in Sicht. Ade, du schöne Welt. Ähm. Oh. Die Bäume sehen aus wie Endermen. Nein, die Endermen sehen aus wie Bäume. Bäh. Alter. Ich will hier nicht sein. Ach, mir tut der Finger weh. Schleichen halten. Oh nein. Au. Stimmt. 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 Ich habe ja keinen Fallschaden und so mehr drauf auf der Rüstung, weil sie nicht verzaubert war. Fuuuck. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist denn heute los? Ich stelle mich heute an wie der erste Mensch. Ja, ich habe schon mal Minecraft gespielt. Scheiße. Kotzen. Äh. Ach, noch ein Element. Großartig. Moment. Ne, die Falltür ist immer da. Passt schon. Ei, 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 ei. Elytra, du bist schwer verdient. Und das ganze andere Zeug. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Wir sollten hier in der Oberwelt bleiben. hast du das essen habe ich jetzt nicht mit genug macht wird schon reichen wir sind ja gleich wieder da kann man hoffe ich ja immerhin haben wir schon eine kleine autobahn kürbis beim nächsten mal ich will nicht nochmal sterben schnauze voll mein zeug wiederholen ich habe nämlich nur die endermann gehört die ich aus versehen wahrscheinlich angeguckt habe deswegen habe ich panik bekommen und bin runtergejumpt heute echt nicht meinen tag was das angeht das rücke nächster unbewappnet ohne essen ohne alles ja mahlzeit ich bin auf der durchreise lassen sich nicht durch mich nicht geirrt warum stehen hier endermann auf der brücke habe ich gut vorbei schubsen scheiße scheiße ich habe jetzt keine normalen baublöcke dabei fuck die henne so ich habe jetzt echt die schnauze voll sorry so flieg da jetzt rüber und hol mir mein zeug ich habe keinen bock mehr es ist mein server es ist meine let's plays und meine regeln alter leck mich scheiß endermann ey gibts doch nicht ist doch nicht wahr cooles kack die zeug scheiß end wobei ich das hinter mir habe ich habe mich darauf gefreut jetzt verfluche ich es nur noch dreck elend ey okay so schnauze voll so da lang aber so 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 so